Herzlich Willkommen zum ROCKCAST! Dein Podcast für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben. Mit deinem Gastgeber Crystal Rock, dem stärksten Bio-Erweiß-Lieferanten und Gründer von ROCKSPORTS. Herzlich Willkommen! Eine neue Folge von ROCKTV. Willst du werden gescheit und schlau, schaust du am Mittwoch und am Sonntag immer ROCKTV. Zweimal pro Woche gibt es feinsten Input. Heute wieder aus dem ROCKstudio, denn die letzte Woche waren wir drei Tage lang auf einer richtig feinen Messe und in diesem Zuge vielen herzlichen Dank an alle Besucher, Besucherinnen. Was mir immer extrem Spaß macht, ist, wir sind ja auf Social Media sehr aktiv, die ROCKSPORTS-Gemände wächst stetig, wir bekommen viele Nachrichten. Das Schöne ist aber, dass man dann zu diesen digitalen Personas, da auch tatsächlich die Menschen vor Ort am Messestand stehen hat, ein paar Worte auswechseln kann. Das ist richtig, richtig, richtig cool. Begeistert mich extrem. Also vielen Dank an alle, die wieder mit der Messestand dabei waren und vor allem auch die, die sich schon unsere neuen T-ROCKs gegönnt haben. Das ist unsere neue Bio-T-Marke. Und es soll keine Werbeveranstaltung werden. Du findest alles unter ROCKSPORTS.at, was es bei mir gibt. Und ich bin Christian Rohrhofer. ROC steht für Rohrhofer Christian. Das sind meine Initialen. Crystal Rock nennen mich die Leute. Meine Mission ist es, Menschen für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben zu begeistern. Das heißt, mir geht es nicht nur um Sportnahrung, um Leistungssport, um Bio-Gewürze, Bio-Tee und so weiter, sondern mir geht es darum, meine persönliche Begeisterung mit dir zu teilen. Begeisterung für persönliche Weiterentwicklung, Begeisterung für Mindset, Begeisterung für einen starken, gesunden Körper. Wir alle haben so viel Potenzial in uns und das hat nichts mit Esoterik oder sonstiges zu tun, sondern wir haben richtig feines Potenzial, das man nutzen kann. Und ich will es nutzen. Und diese Begeisterung dafür, die möchte ich weitergeben. Unter anderem hier bei ROCKTV oder in meinem Buch beispielsweise, falls du das noch nicht kennst, da werden wir heute noch zu sprechen kommen drauf. Oder bei meinen Vorträgen, wenn du da schon nochmal dabei warst. Diese Begeisterung, die möchte ich unbedingt weitergeben. Ja, und wenn ich das in diesem Video schaffe, dann freue ich mich, wenn du uns unten einen feinen Kommentar, dein Feedback da lässt, ein Abo vielleicht, ein Like. Und wenn du das mit Freunden teilst, wo du sagst, das könnte denen vielleicht auch weiterhelfen. So, aber jetzt steigen wir direkt ins Thema ein. Bei ROCKTV gibt es immer Themen, die die Rocksports-Gemeinde bewegen. Und wenn ich merke, in einem bestimmten Themenbereich gibt es mehr Anfragen, dann machen wir daraus eine feine ROCKTV-Folge. Das ist genau das, was wir uns heute in den nächsten paar Minuten durchschauen. Kurz, knackig und mit Mehrwert. Heute geht es um die oder eine der wohl schönsten Nebensachen der Welt und das ist Schlafen. Wer mag es nicht? So ein richtig schöner Neb am Sonntag, wenn es regnet, auf der Couch. Übrigens, heute ist es Sonntag und heute regnet es. Da kann es ja richtig gut sein, wenn man draußen so den Regen hört und dann liegt man so auf der Couch. Das ist schon richtig fein. Einfach ein gemütlicher Neb am Sonntag. Ja, und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit zu schlafen. Die Erfahrung zeigt, und auch das Feedback, das ich regelmäßig bekomme, auch von unseren Damen und Herren im ROCK-Prinzip, die regelmäßig zu uns kommen und sagen, können wir irgendwie das Lernen, wie man das in den Alltag besser integrieren kann, die sagen, das Thema Schlaf ist immer wieder ein Problem. Ich schlafe zwar lange, aber ich schlafe nicht gut. Das heißt, Schlafdauer hat nichts mit Schlafqualität zu tun. Genau darum wird es heute gehen. Ich habe fünf konkrete Tipps und Hinweise mitgebracht, wie du deine Schlafqualität steigern kannst. Warum ist das wichtig? Völlig egal, ob du dich um Schlaf oder irgendwas kümmern möchtest oder nicht. Du musst es tun, um langfristig gesund zu sein. Ich vergleiche es einmal mit Wasser trinken. Auch wenn der Wasser nicht schmeckt, du musst es zuführen, in welcher Form auch immer. Zum Beispiel mit unseren feinen neuen Tees. Dann schmeckt es nicht nach Wasser, sondern noch richtig feinem Tee. Aber du musst Flüssigkeit zuführen, ansonsten funktioniert der Körper nicht. Und genauso ist es auch beim Schlaf. Du musst schlafen, ob du willst oder nicht. Und wenn du sagst, ich habe aber keine Zeit zum Schlafen, das ist dann ein Spiel auf Zeit. Das heißt, Schlaf ist unendlich wichtig. Von daher müssen wir uns damit beschäftigen, wie kann ich die Zeit, wo ich schlafe, bestmöglich für den Schlaf nutzen. Stichwort meine Schlafqualität optimieren. Und genau das schauen wir uns heute an, was es damit auf sich hat. Und bei der Überschrift haben wir dann gedacht, okay, Überschrift, wir nennen das Ganze Sweet Dreams. Besserer Schlaf, bessere Gesundheit. Und dann hat es angefangen. Es ist ja nicht nur die Gesundheit im Allgemeinen. Wenn du Muskeln aufbauen möchtest, dann ist der Schlaf eine essentielle Regenerationszeit. Natürlich. Generell, Regeneration auch da oben. Unser Hirn sortiert, defragmentiert im Computerdeutsch unsere Kurz- und Langzeiterinnerungen. Das heißt, auch da oben wird aufgeräumt. Das ist im Grunde wieder Durchputz, wenn ich es wieder mit dem Messebesuch von vorhin vergleiche. Drei Messetage und nach dem ersten Messetag wird dann alles, werden die Gänge wieder alles schön gereinigt, sodass am nächsten Tag, wenn die Leute wiederkommen, alles sauber ist. Und so ähnlich kann man den Schlaf bei uns vergleichen. Das heißt, unendlich wichtig. So, jetzt starten wir da direkt rein. Punkt Nummer 1. Wie kann ich es denn schaffen, meine Schlafqualität zu steigern? Ja, und da gibt es eine Sache, die für mich persönlich extrem gut funktioniert. Und das weiß ich deshalb, wenn ich beispielsweise sehr, sehr viel unterwegs bin und das nicht in gewohnten Maße tun kann, merke ich, dass die Schlafqualität nicht mehr so ist, wie sie einmal war. Und zwar geht es um regelmäßigen Sport, regelmäßige Bewegung. Das heißt, wenn wir regelmäßig dafür sorgen, dass unser Körper ein bisschen gefordert wird im Sinne von einem Training, das kann Krafttraining sein, das kann Lauftraining sein, was auch immer. Einfach regelmäßige Bewegung, eine artgerechte Haltung unseres Körpers. Wir haben ja keinen Sitzapparat, wir haben einen Bewegungsapparat und der will gefördert werden. Da gibt es einen schönen Spruch, der heißt, exercise more, sleep better. Und das trifft eigentlich ganz gut. Natürlich muss man das immer im Kontext anschauen, aber generell, wenn du im Tagesverlauf trainierst, wenn du im Tagesverlauf entsprechende Belastung hast und nicht nur, unter Anführungszeichen, klassisch im Büro sitzt oder im Auto sitzt auf dem Weg zum nächsten Termin, sondern wenn du einfach regelmäßiger ein bisschen Bewegung reinbringst, wirst du merken, dass du am Abend besser schläfst. Eine Sache dann noch dazu, was nicht funktioniert, zumindest bei mir ist, wenn ich ein sehr, sehr hartes und intensives Training spät am Abend habe. Das heißt, wenn ich beispielsweise erst um 10 Uhr abends von meinem Training nach Hause komme, dann weiß ich, direkt danach kann ich nicht schlafen. Das heißt, ich brauche einfach noch ein bisschen Zeit, um runterzukommen. Das kommt dann gleich im nächsten Punkt. Das heißt, meine Erfahrung zeigt, je intensiver das Training, desto weiter soll es vom Schlafzeitpunkt entfernt sein. Wenn das am Abend, wenn dein Training eine entspannende Yoga-Session ist, dann ist das natürlich was anderes, aber wenn das ein intensives Powerlifting-Training ist, wo es um viel Gewicht geht, das sehr, sehr aktivierend wirkt, dann ist es nicht so ideal, wenn das ganz, ganz knapp beim Schlaf ist. Zumindest ist es bei mir so und ich denke, das kann man wahrscheinlich auf die einen oder anderen Menschen auch übertragen. Das heißt, schau, dass du regelmäßig Sport und Bewegung betreibst, dass dein Körper arbeiten muss, dann wird der Schlaf einfach viel, viel besser sein. Kann ich aus Erfahrung sprechen seit vielen, vielen, vielen Jahren. Punkt Nummer zwei, der regelmäßige Schlafplan. Es gibt so einen schönen Begriff aus dem Englischen, der Sleep Drive nennt man das, oder der Schlafdruck, gibt es unterschiedliche Bezeichnungen. Oder Sleep Drive sagt im Grunde, wenn du einen natürlichen Ablauf im Alltag hast, sprich die circa die eine Rhythmik, das ist bei uns im Körper sozusagen die 24-Stunden-Uhr, die circa die eine Rhythmik regelt uns durch den Tag durch. So, und das haben wir von Natur aus drinnen. Wenn es draußen dunkel ist, werden wir müde, wenn es heller wird, werden wir wieder aktiv. So steuern sich auch unsere Hormone, ist ein richtig, richtig cooler Zusammenhang. So, und wenn das in natürlicher Form gut funktioniert, dann funktioniert auch unser Sleep Drive. Und der Sleep Drive sagt im Grunde, naja, dass man einfach über den Tag verteilt immer müde werden, bis wir dann am Abend richtig müde sind und ins Bett gehen. So, wenn ich aber jetzt hergehe und sage, ich habe einen unregelmäßigen Schlaf oder ich schlafe untertags eineinhalb Stunden und dann vielleicht noch einen kleinen Powernap dazu, was passiert? Der natürliche Sleep Drive, der wird gestört. Das heißt, wenn ich untertags schon so viel schlafe, naja, dann werde ich am Abend nicht mehr diesen Schlafdruck unter Anführungszeichen verspüren. Das heißt, ich werde aller Wahrscheinlichkeit nach, nicht immer, aber aller Wahrscheinlichkeit nach, ein bisschen an Schlafqualität einbüßen oder vielleicht gar nicht einschlafen können. Das heißt, wenn du untertags schon dafür sorgst, dass du einfach einen regelmäßigen Schlafplan folgst, bedeutet beispielsweise 10 Uhr ins Bett gehst, 11 Uhr ins Bett gehst, aber das relativ regelmäßig. Und das heißt nicht auf die Minute genau, aber das heißt, dass du nicht an einem Tag um 9 Uhr ins Bett gehst und am nächsten um 2 Uhr nachts und dann wieder um 11 Uhr. Kann man natürlich immer mal so machen, aber im Großen und Ganzen sollte das halbwegs regelmäßig sein, denn dann kann der Körper von Natur aus das mitregeln. Der weiß ja nicht, welche Pläne du hast. Und wenn du einem natürlichen Schlafrhythmus nachgehst, dann zeigt die Erfahrung, wirst du auch den natürlichen Sleep Drive besser nutzen können und schlicht und einfach besser einschlafen können. Wie gesagt, da geht es nicht um die Minute, da geht es einfach um eine Größenordnung, halbe Stunde, Stunde, eineinhalb. Das ist von Person zu Person anders, aber du wirst merken, wenn du eine gewisse Regelmäßigkeit drinnen bist, dann wirst du bei der Schlafqualität aller Wahrscheinlichkeit nach profitieren. Punkt Nummer 3. Melatonin. Melatonin. Und da geht es hier nicht um die Supplementierung des Melatonins, sondern Melatonin generell. Was bewirkt denn das? Es gibt bei uns in den Augen sogenannte Fotorezeptoren und die sehen, okay, ist hell, ist dunkel. Wenn es dunkel ist, einfach gesagt, dann wird Melatonin ausgeschüttet und dann werden wir müde. So, wenn es wieder hell wird, dann sinkt der Melatonin-Spiegel, habe ich hier in diesem Diagramm symbolisiert. Das sind die Sonnen, sprich, das ist der Tag, das ist das Schlafen. Und da siehst du, dass kurz bevor wir ins Schlafen gehen, der Melatonin-Spiegel ansteigt, wir werden müde und dann wird irgendwann einmal in der Nacht mitten im Schlaf der Melatonin-Spiegel da den Höhepunkt erreichen. Dann nimmt das Ganze wieder ab, wenn es wieder draußen heller wird und wir werden wieder aktiver. So in etwa funktioniert die natürliche Produktion des Melatonins. Meine Empfehlung ist es, bevor man Melatonin supplementiert, einfach einmal zu schauen, was ist denn die Ursache? Warum will ich denn das supplementieren? Habe ich von Grund auf einen schlechten Schlaf? Das heißt, vorher einmal die Ursachen herausfinden, wo denn das Problem liegt und dann kann man auch immer supplementieren. Melatonin als Supplement ist grundsätzlich ganz gut untersucht, aber ich bin immer ein Fan davon, nicht einfach eine Schrotflinten-Supplementierung zu machen, sprich einfach alles einmal reinhauen und schauen, was passiert, sondern einmal zu überlegen, was ist denn die Ursache? Warum meine Schlafqualität vielleicht nicht so ist, wie ich es mir wünsche? So, und wenn du, so wie wir bei Punkt 2 gerade besprochen haben, einem regelmäßigen Schlafplan nachgehst, wenn du deinen Sleep Drive ein bisschen pflegst, Sleep Drive Baby, dann wirst du auch den Melatonin-Spiegel wahrscheinlich relativ gut im Griff haben. Da zählt jetzt natürlich auch noch dazu, wie schaut es denn aus in den Stunden, bevor du ins Bett gehst. Wenn du im Bett mit deinem Smartphone noch stundenlang herumspielst und das Blaulicht der Displays auf deine Netzhaut strahlen lässt, dann wird das dazu führen, dass die natürliche Melatonin-Produktion nicht so funktioniert, wie sie ist. Das heißt, du wirst einfach nicht so schnell und nicht so gut einschlafen aller Wahrscheinlichkeit nach. Das heißt, die Empfehlung ist beispielsweise, um deine natürliche Melatonin-Produktion möglichst gut ausfallen zu lassen, dass du eineinhalb Stunden, Stunde vorm Bett gehen, nicht mehr in die klassischen Handy- oder Computerdisplays reinschaust oder dir zumindest eine Blaulichtfilterbrille gönnst, dann kannst du schon einmal einen Teil davon abfedern oder die modernen Smartphones haben das schon integriert, wobei da habe ich ehrlicherweise jetzt keine Daten, wie gut das funktioniert. Am Ende des Tages, man sollte sich Gedanken darum machen, dass vor allem Displays am Abend nicht wirklich was im Schlafzimmer verloren haben, sofern wir eine gute Schlafqualität haben wollen. Das heißt, Fernseher raus aus dem Schlafzimmer, Handy raus aus dem Schlafzimmer, einfach Stunde vor, bevor man ins Bett geht, sich ein richtig feines Buch gönnen. Da habe ich natürlich eine Empfehlung, eine Anleitung fürs Leben. Gibt es im Rocksport Sonnenshop und dann kannst du in Ruhe da runterkommen und schlafen gehen in das Land der Träume. So, Punkt Nummer 4. Stimulantien vermeiden. Das Bild, was mir da immer sehr, sehr schnell in den Sinn kommt, ist, wenn ich abends um 21 Uhr im Training bin, da werden Kniebeugen gemacht, da wird klassisch Powerlifting trainiert, einfach das, was mir Spaß macht. Ja, und da merke ich, wie halt abends dann noch viele jüngere Trainingskollegen dazukommen, 16, 17, 18 Jahre, mit so einer Bottle Energy Drink in der Hand und die zimmern sie sich halt dann rein. Und wenn man dann da mit denen ein bisschen spricht und schaut, naja, wie viel Koffein ist denn da drinnen? Und die zimmern sich teilweise 1, 2, 3 solche Dosen abends noch rein. Das heißt, viele, viele 100 Milligramm an Koffein. So, grundsätzlich Koffein ist ja nichts einzuwenden. Das Problem ist, Koffein hat eine Halbwertszeit, ist auch wieder immer individuell, aber Größenordnung, was man sich merken kann, Daumenregel, Koffein hat eine Halbwertszeit von circa 4 Stunden. Bedeutet, wenn ich 8 Uhr am Abend mir 200, 300 Milligramm Koffein reinzimmere, dann muss ich damit rechnen, dass 8 Stunden später das erst wirklich komplett aus dem Körper wieder raus ist. Bedeutet, die Zeit dazwischen wird schlicht und einfach mein natürliches Müdigkeitsgefühl unter Anführungszeichen unterdrückt. Ich werde wahrscheinlich Schlafqualität einbüßen. Das heißt, wenn du gut schlafen möchtest, dann solltest du die Stimulantien, und da spreche ich jetzt primär mal Koffein an, weil das ist sozusagen die typische Stimulanz, die wir wahrscheinlich alle haben. Wenn du nicht Kaffee trennst, dann hast du es vielleicht über den Grüntür, über den Schwarzzee drinnen. Meine Empfehlung ist, ab 16 Uhr schauen, dass man das möglichst vermeidet. Dann kommst du irgendwann am Abend hin zu einem Level, wo du sagst, okay, die restlichen Koffeinmengen im Körper, die sind überschaubar, und du kannst eine richtig feine Schlafqualität genießen. Ganz, ganz wichtiger Punkt, Koffein ist grundsätzlich cool, ist ein geiles Supplement, vor allem, wenn es dann in Richtung Wettkampf geht, oder wenn du im Training richtig Gas geben möchtest, aber am Ende des Tages, wenn es zu weit in Richtung Schlaf geht, dann wirst du wahrscheinlich Einbüsten haben. Und wenn dann Leute sagen, naja, aber ich kann ja eh gut einschlafen, ja, das mag schon sein. Du kannst auch, wenn du, ich erinnere mich, wie ich 16, 17 Jahre war, da haben wir viel getrunken, auch Alkohol natürlich, da sind wir auch schnell, oder haben wir auch schnell in den Schlaf gefunden, aber die Schlafqualität war nicht wirklich gut. Und genauso ist es auch beim Koffein. Du kannst vielleicht schnell einschlafen, die Frage ist, welche Auswirkungen hat es auf die Schlafqualität? Und wenn du da keine Kompromisse machen möchtest, dann solltest du auf das Thema Stimulantien achten. So, fünfter Punkt. Dies ist ein Punkt, der für mich extrem gut funktioniert, und zwar Cooldown. Cooldown nicht nur nach dem Training, sondern vor allem auch am Abend zu Bett gehen. Warum? Bei Rocksports beispielsweise. Unsere Mailboxen füllen sich extrem schnell, wir bekommen viele coole Rückfragen, wir bekommen Nachrichten, Angebote, bla bla bla. Also es ist immer was zu tun. Gleichzeitig gibt es viele Rocksports-Projekte hier und da. Also in Wahrheit, mein Tag könnte 48 Stunden haben und ich könnte die ganze Arbeit nicht erledigen. Das heißt, das ist immer was, was bei mir im Hinterkopf herumgeistert. Und das ist auch cool, das macht mir Spaß. Aber ich muss da ganz bewusst darauf achten, dass ich das nicht einfach mit ins Bett reinnehme und dann im Bett liege und dann grübelt da alles nach oben. Das heißt, bewusst ein Cooldown und vor allem bewusst eine, ich mag den Begriff nicht, aber ich glaube, jeder weiß, was damit gemeint ist, eine Bettroutine, eine Schlafgehroutine, die einfach dafür sorgt, dass man am Abend bewusst abschalten kann und dann ins Bett geht und richtig gut schlafen kann. Denn wahrscheinlich viele kennen das, wenn man an einem Bett liegt, die Augen sind zwar geschlossen, aber da oben, boah, da arbeitet noch alles durch, weil einfach noch viele Punkte unabgeschlossen sind. Und diesen Abschluss kannst du beispielsweise machen, indem du die Brain Dump Methode verwendest. Brain Dump bedeutet, ich schreibe mir all das, was ich im Kopf noch herumgeistern habe, einfach auf Papier nieder. Und du wirst merken, je mehr du niederschreibst, desto ruhiger wird es im Kopf, desto leichter kannst du einschlafen. Oder die klassische Mind-Body-Scan-Methode. Wenn du im Bett liegst und bewusst einfach mit der Atmung alle deine Gliedmassen durchgehst und merkst, wie sie von Atemzug zu Atemzug schwerer werden, wenn du da einmal deinen gesamten Körper durchgehst, wirst du merken, Arm links ist schwer, ist entspannt, Arm rechts ist schwer und entspannt und den Rest wirst du gar nicht mehr merken, weil du dann schon im Träumeland bist. Das heißt, so einfache Ansätze kannst du da wählen und die sorgen im Grunde dafür, dass du den Zirkus, den du da oben hast, eventuell, wenn viel los ist, einfach einmal abdrehen kannst und wirklich bewusst ins Träumeland abweichen kannst. Und genau darum geht es. Ganz ein ganz wichtiger Punkt hier an zweiter Stelle, die Atmung. Du kannst mit der Atmung deine Stimmung beeinflussen. Es gibt das vegetative Nervensystem, das bei uns im Körper ganz wichtige Funktionen regelt, ob das jetzt unter anderem beispielsweise der Stoffwechsel ist, die Verdauung, der Herzschlag und so weiter. So, und natürlich auch die Atmung. Das heißt, du musst nicht bewusst darüber nachdenken zu atmen, denn das macht unser Körper von selbst. Aber das Coole ist, wenn du bewusst darüber nachdenkst, dann kannst du es beeinflussen. Das heißt, du kannst mit der Atmung als einzige Funktion sozusagen das vegetative Nervensystem bewusst beeinflussen. Das heißt, wenn du bewusst atmest, wenn du das nutzt, zum Beispiel in Form von der Mind-Body-Scand-Methode, dann kannst du einfach bewusst mit deiner Atmung richtig geilen Entspannungszustand herbeiführen. Stichwort Meditation. Das funktioniert richtig, richtig fein. Und das sollten wir natürlich auch nutzen. Ich mag es regelmäßig und es funktioniert. So, das waren einmal diese fünf Punkte und einen Bonus-Tipp habe ich mir noch mitgenommen, der für mich extrem gut funktioniert. Wenn du schon in der Rockprinzip-Gemeinde dabei bist, dann kennst du den Schmäh auf Österreich, ich habe gesagt, wahrscheinlich schon sehr, sehr gut. Es geht um die zirketerne Rhythmik, beziehungsweise es geht um die Schlafrhythmen. Wenn man sich die Schlafforschung ein bisschen anschaut, dann merkt man, okay, wir Menschen, wir durchlaufen während der Nacht so gewisse Schlafzyklen. Und die sind in der Regel, das ist natürlich auch immer individuell, circa 90 Minuten lang. In diesen 90 Minuten verlaufen wir diverse Schlafzyklen. Das wäre jetzt die eigene Rock-TV-Folge. Lange Rede, kurzer Sinn. Immer nach diesen circa 90 Minuten beginnt dann wieder ein neuer Zyklus. So, und jetzt kennst du das vielleicht, wenn du morgens aufstehst, dann gibt es die Morgen, wo du sagst, boah, ich bin super fit und munter, ich kann sofort aus dem Bett springen und Gas geben. Und dann gibt es vielleicht die Tage, wo du sagst, boah, ich bin wie vom LKW niedergefahren. So, und das ist meistens der Unterschied, wann im Verlauf dieses Schlafzyklus wir aufstehen. Das heißt, wenn wir mitten in der Tiefschlaf- oder REM-Phase munter werden oder vom Wecker geweckt werden, dann kann es passieren, dass wir uns einfach komplett wie Matsch fühlen. Wenn wir uns aber perfekt irgendwo am Ende dieses Schlafzykluses die Weckzeit stellen, dann schaut es ganz anders aus. Das heißt, ich gehe her und stelle mir nicht den Wecker und sage, morgen stehe ich um 5 Uhr auf, sondern ich nehme meinen Schlaf-Zeitpunkt und addiere da ein Vielfaches dieser 90 Minuten dazu. 90 Minuten sind, wie gesagt, diese Schlafzyklen, die wir durchlaufen. Das heißt, immer nach 90 Minuten ist der perfekte Aufstehzeitpunkt, so die Theorie. Ich habe das viele Male probiert und es funktioniert richtig geil. Mittlerweile mache ich das seit Jahren und ich schlafe dementsprechend immer meinen Zu-Bett-Geh-Zeitpunkt plus meistens sind es 5 Durchläufe, das heißt 7,5 Stunden Schlaf und somit stehe ich dann morgens auf und bin einfach putzmunter und weiß, okay, ich habe meine Hausaufgaben bezüglich Schlaf gemacht. Ich kann bestmöglich regenerieren. Ich weiß, ich fühle mich gut. Ich merke das auch in der Leistung im Training. Das heißt, mit solchen einfachen Tricks, Tricks und Anführungszeichen, kann man das Schlaf-Thema in den Griff bekommen. Ja, und ich hoffe, das hilft dir weiter. Ich habe hier noch links auf der Tabelle noch ein paar Punkte zusammengefasst, für was Schlaf wichtig ist. Das braucht man jetzt glaube ich nicht im Detail durchgehen. Wenn du das anschauen möchtest, einfach pausieren. Dann kannst du hier den Bereich reinzoomen. Lange Rede, kurzer Sinn. Egal, ob du dich um den Schlaf kümmern willst oder nicht, er ist essentiell. Egal, ob du Wasser trinken willst oder nicht, du brauchst Wasser, um das zu schaffen. Und egal, ob du dich um die Ernährung kümmern willst, du brauchst eine gute Ernährung, damit dein Körper langfristig gesund ist. So, und du siehst, mit diesen einfachen Dingen kannst du wahrscheinlich schon 80% der typischen Schlafthematiken in den Griff bekommen und du wirst massiv davon profitieren auf allen Ebenen. Ob das jetzt Immunsystem ist, ob das jetzt die körperliche, die kognitive Leistungsfähigkeit ist, Regeneration, Hungerregelung, Sättigung, Muskelaufbau, Körperfettreduktion, all diese Punkte werden durch einen guten Schlaf positiv beeinflusst. Also machen wir da die Hausaufgaben und in diesem Sinne wünsche ich gute Nacht, schlaf gut und wenn dir das weitergeholfen hat, wie gesagt, freuen wir uns über dein Feedback in den Kommentaren und wenn du dieses feine Video mit deinen Liebsten teilst. Alles Gute, bis bald.